Einmal das doch. Oh, es ist schön, dass die Herzen immer nach unten fallen. Da bringen sie einem so viel. Oh, hallo, liebe Slytherin. Ach, scheiße, wir haben unten noch ein Bild, ne? Tschüss. Danke. Wir hatten da hinten unten noch ein Bild, oder? Wenn ich mich nicht getäuscht habe. Kann ich das eigentlich nicht kaputt machen? Nee. Ja, da war doch ein Bild. Was sieht man da einer an? Das finde ich, wo wir nicht interagieren können. Okay. Gehen wir einfach... Nein! Wir machen... Ohne Scheiß, wir machen die Perspektive hier zu schaffen. Ich kann damit nicht so gut umgehen. Deswegen habe ich früher auch solche Spiele nie gespielt. Wo du keine bewegliche Kamera bei hast. Ja, wir hätten auch gerne noch das andere gehabt, aber das geht ja nicht. So. Ein Glück und ein bisschen spät. Verdammt. Wir haben nämlich... Tatsächlich schon... Zwölf. Und ich bin alt. Mit dem Erschwächern schon müde. Ja, genau. Schmerz ich runter, die Lücken. Was soll das denn? Gibt es eigentlich nochmal? Jo, es geht auch ganz kaputt. Ah, lol. Ich dachte, wir wären schon hier. Ach, schön. Noch mit Verkleidung. Damit es angenehm wird zum Runter... Zum Runtergehen. So. Dankeschön. Zack. Schön an der Wand entlang nach oben gezogen. Bei den Brettern ist es ja auch schon wurscht. Aber die werden eh nicht mehr schön. So. Aber mit dem Bild kann man immer noch nichts machen, ne? Damit kann man auch noch nichts anfangen. Da fehlt uns doch der Zauberspruch hier. Wie springt man nochmal mit Leertaste? Oh mein Gott. Habe ich das echt gerade gefragt. Wieso? Sinkt da gerade mehr? Sinkt da gerade mehr? Achso, lol. Der macht doch wohl lol. Ich bin ganz unauffällig in meinem Tun. Es fällt fast gar nicht auf, dass ich hier bin. Woher? Woher? Huh? Ich bleibe abgeschlossen. Ey, das ist doch immer nur das Rückenballone. Doch, 91. Wir fortsetzen natürlich die Geschichte. Ach, Geld hast du. Ich glaube, heute spiele ich noch ein Level und dann das, was wir heute. Also das X für heute. So. Ich muss kurz mein Getränk wieder einschütten. Aber wir gehen jetzt langsam die Stimme flüten. Weil ich habe heute schon 7 Stunden aufgenommen. So. Wir gehen natürlich dem Fassklopflossen Nick wieder hinterher. Der uns in der Geschichte voranbringt. Vielleicht bin ich ja auch deswegen so hektisch, weil ich halt Harry Potter einfach in- und auswendig kenne. Und ich weiß, was passiert. Was sieht eigentlich noch mal was? Ach, lol. Pflanze kommt noch mal. Ja, ihr habt doch mal den Guardian Leviosa. Nein. So. Immer noch mal ein paar Stats. So. Das funktioniert halt doch nicht. Föller. Wir sind eigentlich immer noch im ersten Jahr, ne? Ja, freilich wird dann noch gar keine Abschlussfeier. Wir waren auch noch gar nicht unten im Stein der Weisen. Klar sind wir noch im ersten Teil. Oh mein Gott. Echt. Ich hab... Oh mein Gott. Da hab ich die Frage gerade gestellt. Mhm. Hä ha ha ha. Aaaaaaah, Weihnacht. Oh, wir haben Mützen auch. Mein Gott. Wie cool ist das denn? Hallo. Oh, wie cool dieses Spiel einfach ist. Überall kriegen wir halt Stats raus. Zwei von fünf hängen hier noch ein paar. Ich wollte eigentlich die da unten treffen. Zwei von fünf. Da flattert was in der Luft. Nur Charakter, die passisch brechen können. Vier von fünf. Kennen wir hier noch irgendwas? Da geht es wahrscheinlich runter in die Kammer des Schreckens. Äh... Was kommt hier? Ah! Hi Dumbledore! Äh... Okay. Ähm... Ja, ja. Achso, wir müssen uns da hinstellen. Äh... Jetzt. Es... Hallo, vierte Dame. Die Steuerung ist manchmal ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben. Das ist alles. Äh... 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 Hm... Hä? 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 Ha ha! Oh! Hä! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Hat er gerade keine Hose an? Die verbotene Abteilung. Und dann muss ich jetzt nieken? Oder kann ich einfach... Ja, das mit dem Wählen ist nicht so einfach. Liebstes Spiel. Ich glaube, ich muss halt Ron da auch durchführen, oder? Ich bin mir halt nicht sicher, was ich tun muss. Wie dieser Tauberstab da rauskommt. Ich kann bestimmt die Spinnen wieder... Yay! Zack, zack! Eine Blume von 6. Was? Was kann ich noch? Den Finger stapeln. Den kann ich noch einmal. Der fällt auch nicht um. Randalen. Randalen. Randalen in der Bücherei. Jawohl. Ich will irgendwie nicht sneaken. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich bin kein Freund vom Sneaken. Aber in keinem Spiel. Egal welches. Hallo. Gute Frau. Die verbotene Abteilung ist ja das... Ach, ich spoilere schon wieder, ne? Wenn ich das so sage. Komm mal still. Ich kann mir ja in die Kommentare schreiben, ob es in Ordnung ist, wenn ich die Geschichte spoilern darf, weil die sowieso schon jeder kennt. Oder ob ich die Klappe halten soll. So, halt. Ach, ich kann nicht Wingardium Leviosa machen. Wenn man gleichzeitig den Ding buchen muss, ist es aber belastet. Äh, den Anzug tragen. Den... Na du weißt schon. Oh wow, das hat ja gut funktioniert. Ah, die Perspektive ist... Es tut mir echt leid. Die Perspektive macht mir echt ein bisschen zu schaffen. Also an manchen Stellen zumindest. So, hallo. Okay. Da kann ich noch nichts machen? Nö. Wow! Ist ja lustig. Aber da glitzere ich auch gelb. Und jetzt habe ich wieder den an. Ach, Katze als Maul. Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo? Warum... Warum macht er denn jetzt keinen... Jetzt hat... Das funktioniert manchmal nicht. Das funktioniert manchmal nicht. Aua. Aua. Ich bin kaputt gegangen. Ich bin kaputt gegangen. Oh mein Gott, das läuft mir hinterher. Ach so. Die laufen mir alle hinterher. Was für das... Aua. Ach so. Vielleicht muss ich... Muss ich den Tarnumhang wieder tragen. Dann passiert mit... Oh wow. Aua. Ach, verarschend. Ich spiel. Ich habe doch gerade eben noch den Tarnumhang ausgelöstet. Jetzt. So, die erkennen mich ja nicht. Kann ich da irgendwas machen? Yo. Ich kann die töten. Warum verstellst du denn das immer? Spiel. Ich bin mir doch jetzt nicht auf den Nerv. Na, jetzt Maulspiel. Äh, Katze. Ich spiele. Nein, warum? Warum denn? Ich hab's doch genauso gemacht wie bei denen. Witzert. Jetzt hab ich wieder Vegardium Liviosa ausgewählt. Es ist manchmal ein bisschen leere, dieses Spiel. Aber jetzt brauchen wir nicht mehr. Außer, dass die Katze mir noch aufs Sack geht, aber mehr ist nicht mehr. Okay. Nein. Macht doch das nicht. Nein. Ich muss doch bei sowas Kuh drücken. Ah, bei Kuh macht er mir den Umhang. Sorry. Jetzt will ich wieder runnen. Ich hab keine Ahnung, was das soll. Mama ist das... Also, gerade die Steuerung ist echt... Mama... Ja. Hat dir? So. Okay. 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 Die kann auch noch mit dem Traxen. Okay, da ist dann mal hier noch. Nächste, da ist aber nur so noch eine übrig. Noll. Brauche ich die eventuell für den Trank? Aber hier war doch nirgends wo ein Kessel, oder? Oder bin ich doof? Oh, wir sind voll der Badass. Okay, schade. Ah, noll. Niki hat noch eine Blume. Kann die Katze nicht mal kurz im Moment still sein? Geht mir ein bisschen auf den Zeiger. Den müssen wir auch noch. Die können wir einfach nur zurück ins Ding. Lol. Was ist das für ein lustiges Betray? Okay, wir haben hier eine Spinne. Ach, da ist der Kessel. Jetzt halt. Okay, da waren wir hier. Nein. Zack. Spinde haben wir weg. Oben ist auch noch die... Ähm. Das andere halt. Oha. Ohohoho. Warte. Warte. Was haben wir denn hier? Ein Blauenbad? Ich hätte jetzt eher auf dieses Eis gehofft. Können wir das eigentlich noch irgendwie... Nein? Da oben war es noch? Nein? Ähm. Aber wir haben noch die Blume da. Ja, da. Man könnte sagen, wir hatten doch hier oben die Blume noch. Ist auch einer mit? Achso, Quatsch. Da kommt man da hoch. Da ist nichts mehr. Das Blume flattert. Einfach wieder zurück. Alter Katze. Es kommt bestimmt in den... Du hast grad kein Ding ausgerüstet. Kein... Ja, es kommt Katze natürlich. Ja, natürlich kommt jetzt Katze. Aber ich will doch eigentlich in diesen scheiß Schrank... Sorry, Katze. Warum kann ich nicht in diesen Fackschrank gucken? Weißt du, ich stehe doch hier. Ich weiß es halt nicht. Ich drücke die Taste dafür. Ach stimmt. Mit C kann ich das wechseln. Ich wollte hier jetzt mal das Rad machen. Ja. Und dann? Hä? Oder muss ich erst so ein Buch hier rauskloppen? Das geht jetzt nicht mehr doch. Nee. Ähm. Ähm. Wir sind ja viel zu schnell. Wir sind ja viel zu schnell. Nee, geht nicht. Okay. Ja, die Katze nochmal abschießen. Oh. Ich hab viel zu schnell. Was? Mal Rede. Mal Rede. Okay. Wann ist das wie die Doofkatze? Wann ist das so die Doofkatze? Ich verstehe halt nicht, warum ich da hinten nichts machen kann. Ich komme halt nicht durch ohne den Trank. Oh, jetzt fängt die wieder an. Weil das Eis ist bestimmt da hinten drin. Aber ich kann hier halt nichts machen. Ja, jetzt ist hier Kretze da. Wo ist denn die dumme Katze? Das ist mittlerweile so lange hier, dass die Musik schon aus ist. Ja. Na, dann mache ich jetzt wieder den Zauber. Alter. Spiel, du nimmst mir gerade ein bisschen den Spaß. Also, komm ich hier hoch. Na, das glitzert ja alles weiß. Aber ich habe halt keinen... Ich habe halt nur ihn als weißen Zauberspruch. Aber das geht halt nicht. Ich frage mich halt auch, warum ich die Bücher hier rausschlagen kann. Und dann passiert nichts mehr mit diesen Büchern. Ich meine, warum? Außer, dass ich halt Buds gebe. Weißen die Buds? Also, bitte. Ja, die kann ich nur zurückstellen. Den kann ich nur zum Wackeln bringen. Das kann ich flippen. Aber es ist auch wichtig, dass ich das flippen kann. Ist richtig wichtig. Ja, ich habe keine Ahnung, warum es nicht geht. Ohne Scheiß. Das geht halt einfach nicht. Das ist egal, was ich drücke. Ich stehe auf diesem Kackfeld und es geht nicht. Es ist spät. Und ich lasse es mal dabei. Also, ich belasse es mal hierbei. Sorry, dass wir jetzt irgendwie 20 Minuten, keine Ahnung, nur hier waren und das versucht haben. Aber es geht halt nicht. Es ist egal, was ich... Ich kann nicht. Es geht nicht. Und ich bin mir halt sicher, dass das Eis da drin ist. Aber es geht halt nicht. Dementsprechend machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Es ist spät. Meine Nerven sind nicht mehr so strapazös. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Schluck auf. Auf Wiedersehen.